B2.6. Es gibt Pyramiden P2MQ2D und P3MQ3D, deren Volumen jeweils um 90% kleiner ist als das Volumen der Pyramide ABCS. Berechnen Sie die zugänglichen Werte von x. Also, nochmal so allgemeine Pyramiden und nochmal das Volumen davon. Von diesen P2MQ2D kennt ihr die allgemeine Formel. Die haben eigentlich eine Aufgabe drüber gerade gerechnet. Ich schreibe es jetzt so hin, wie es im Zwischenergebnis waren. Volumen von der Pyramide P2MQND ist gleich minus 1,26x² plus 12,64x. Ja, das, was im Zwischenergebnis drin steht. Wo haben wir so? Hier oben. So, zusätzlich brauchen wir noch das Volumen der Pyramide ABCS. Das ist auch kein Problem, weil die haben wir an Aufgabe 2.2 schon berechnet. Ist gleich 180 cm³. So, jetzt müssen wir diese beiden nur noch gleichsetzen, aber allerdings noch eins beachten. Nämlich hier diese 90% kleiner. Also diese P2MQ2D und P3MQ3D, die sind um jeweils 90% kleiner als ABCS. 90% kleiner heißt, es sind also noch 10% übrig. Ja, die sind 10% von dieser ABCS groß. Ansonsten würde jetzt stehen, sie sind 90% von ABCS. Aber wie gesagt, hier steht um 90% kleiner als auf diese kleine Stolperfalle aufpassen. So, daraus folgt also Volumen von PNMQND ist gleich 10% von der großen Pyramide und 10% ist nichts anderes als ein Wert von 0,1. Halt, ich schreibe es nochmal ein gemein. Also 0,1 mal Volumen von ABCS. So, und jetzt können wir auch schon die Werte einsetzen. Kleine Volumen kennen wir. Minus 1,26x² plus 12,64x ist gleich 0,1 mal 180. So, das muss jetzt gelöst werden. Wir haben eine quadratische Gleichung, erkennen wir hier an dem x². Und da gibt es wieder vielfältige Möglichkeiten über den Solver. Aber Achtung, es gibt zwei Lösungen, also richtig benutzen. Oder über Calc Intersection, wer den Taschenrechner benutzen darf. Oder den Tool Poly2. Wer die alle nicht zur Verfügung hat, kann natürlich über die Mitternachtsformel oder die Lösungsformel für quadratische Gleichungen auch die Lösung rausbringen. Die steht natürlich für eine Formelsammlung drin. Bei mir jetzt hier in dem Fall. Alles Wissenswerte. Ich brauche die allgemeine Form. Dann die Diskriminante ausrechnen. Und dann hier die Lösung berechnen. So, in der allgemeinen Form sehen wir, auf der rechten Seite, auf einer Seite muss gleich 0 stehen. Also forme ich hier meine Gleichung um. Das schaffe ich am ehesten, wenn ich die rechte Seite wegbringe. 0,1 mal 180 sind 18. Also schreibe ich jetzt hier gleich minus 18. Dann heißt die nächste Zeile. Minus 1,26x² plus 12,64x ist gleich minus 18. Ist gleich 0. So, nächster Schritt. Diskriminante ansetzen. Hier heißt es jetzt, d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Jetzt muss ich natürlich herausfinden, was ist das b, was ist das a und was ist das c. Kann ich aus meiner allgemeinen Form recht schnell ablesen. Und beziehungsweise, es gilt auch immer, a ist immer der Faktor von x², b ist immer der Faktor von x. Oh, jetzt habe ich zu hoch geschrieben. Also a Faktor von x², b Faktor von x. Und c ist die Zahl ohne x. Für meine Diskriminante gilt also, d ist gleich b². Das sind also 12,64². Minus 4 mal a. Minus 1,26 mal c. Das heißt, minus 18. So, das darf ich jetzt in jedem normalen Taschenrechner eingeben. Und dann kommt ein Wert von 69,05 raus. So, setze ich in die Lösungsformel ein. x1 berechne ich zuerst. Hier ist meine Lösungsformel zu finden. Sehe ich minus b plus minus Wurzel aus d geteilt durch 2a. Minus b und der erste Weg wäre der Plusweg. Also ich gehe zuerst plus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Und für die zweite Lösung gehe ich dann minus b minus Wurzel aus d geteilt durch 2a. Also minus b. b waren 12,64. Plus Wurzel aus der Diskriminante. Wurzel aus 69,05. Und dann ein Bruchstrich geteilt durch 2 mal. Und a waren minus 1,26. Ist gleich, dass wir jetzt wieder in den normalen Taschenrechner eintippen. Und dann kommen wir auf die 1,72. Erste Lösung gefunden. Wir brauchen noch die zweite Lösung. Gleiches Spiel. Minus b. Diesmal minus. Wurzel aus der Diskriminante. Und nochmal geteilt durch 2a. Wieder in den Taschenrechner eintippen. Und dann kommt daraus 8,31. So, als letztes vielleicht noch die Empfehlung nachschauen. Befinden sich diese zwei Werte überhaupt im Gültigkeitsbereich? Dafür muss ich jetzt gerade noch ein Stück weiter hochfahren. Hier heißt es jetzt zum Beispiel, x darf nur zwischen 0 und 10 liegen. Also hier nochmal überprüfen, ist es tatsächlich der Fall oder muss man eine Lösung rausstreichen. Ja, für uns passt es. Beide Werte sind im geeigneten Intervall. Und damit sind wir jetzt am Ende der Aufgabe. Danke.